Was geht ab Leute, Tea Party Jackson hier und endlich ist der zweite Teil vom Richard's Brief da. Nicht wie von mir vorher vermutet, dass es alle zwei Wochen erscheinen würde, nein, es erscheint wohl jede Woche. Was wiederum gut ist, das bedeutet, dass der nächste Teil höchstwahrscheinlich auch in einer Woche erscheinen wird, also nächsten Donnerstag. Und vielleicht mit mehr Infos als nur Content. Okay, so, zurück zu diesem zweiten Teil des Briefs, wie immer oder wie beim letzten Teil, werde ich aber die wichtigsten Sachen zusammenfassen und ein bisschen meine Erfahrung vom letzten Beta mit einbringen und ein bisschen diskutieren. Also es wird jetzt nicht nur vorgelesen, sondern auch diskutiert, aber trotzdem versuche ich es ein bisschen kurz zu halten. Ich bin mir sicher, dass dieser hier nicht so lang wird wie der letzte, aber ich mach mal schauen. Okay, los geht's. Und zwar, ich werde zum Anfang hier schon mal den Soundtrack unten abspielen, dieser wurde auch mit dem zweiten Teil des Briefes released und den könnt ihr jetzt im Hintergrund hören. Und hoffentlich wird es jetzt nicht so laut, sodass man trotzdem noch meine Stimme hören kann. Gehen wir jetzt ganz nach oben. Wie ihr sehen könnt, ich bin hier auf der Lost Ark Database Seite, weil die haben es schon übersetzt. Ich habe es vorher von koreanischem Kumpel mal kurz übersetzen lassen, aber ihr solltet auf jeden Fall auf Lost Ark Database Seite mal vorbeischauen. Da gibt es die Infos auch auf jeden Fall nochmal nachzulesen, aber in Englisch. Vorerst. Okay, los geht's mit dem Bild hier. Und zwar, hier geht es darum, dass die direkt nachdem die den ersten Letter, also CMD-Brushers Letter 1, Brief 1, sorry, kommt ein bisschen Englisch immer dazwischen. Nachdem sie das released haben, haben sie halt mal nachgeschaut, welche Worte von der Community als Reaktion am häufigsten verwendet wurden. Dazu gehörten Finally, das heißt Endlich und Wörter wie Schnell und Wir haben so lange gewartet. Diese Worte wurden häufiger verwendet als andere. Man sieht auch hier zum Beispiel Close Beta. Wahrscheinlich Endlich ist es soweit. Jeder ist aufgeregt. Hype Train ist wieder da. Alle sind wieder wach aus ihrem Winterschlaf. Wir haben ja jetzt wieder sechs Monate quasi geschlafen und haben darauf gewartet, dass neue Infos durchsickern. Und Endlich ist der Hype wieder am Leben. Gut, weiter geht's. Und wie vermutet, gibt es Infos zu den neuen Klassen. Und wie ihr sehen könnt, es geht um Hawkeye und Soulmaster. Und ihr könnt schon hier die Bilder von ihm sehen. Also das sieht eher wie, also nicht wie eine Fighter-Klasse, eher wie eine Magier-Klasse aus. Aber ihr werdet sehen, das ist definitiv eine Fighter-Klasse. Und hier seht ihr schon den Bogen. Yes! Okay, fangen wir an mit Hawkeye. Hawkeye, hier gibt es vier Bilder dazu. Und eine kurze Erklärung, was Hawkeye eigentlich für eine Klasse sein sollte. Hawkeye wird eine Klasse sein, die mit Bogen kämpft. Und zwar explosiven Damage, also explosiven Schaden zufügt. Und zusätzlich sich unsichtbar machen kann. Da steht hier und zwar, dass er Stealth hat. Und zusätzlich ist der Kampfstil vom Hawkeye so, dass er halt den Willen der Gegner bricht. Und auch den Defense, also die Rüstung schwächt. Nun, und was da sonst noch steht, ist, dass der natürlich, wenn er einen Bogen benutzt, benutzt er natürlich auch Pfeil. Er benutzt die Pfeile, also Bogen und Pfeile, um den Gegner zu verlangsamen und ihn halt zu erblinden. Also könnte es heißen, dass man, es gibt ja in Lost Ark, oder konnte man in anderen Videos sehen, dass man, wenn man erblindet wird, dass man, was man sehen kann auf dem Bildschirm, verringert wird. Dass man halt nur, nehmen wir an, dass das euer Bildschirm wäre. Und wenn ihr erblindet werdet in Lost Ark, dann seht ihr nur noch einen kleinen Kreis, alles andere ist dunkel. So könnte es sein, dass Hawkeye solche Fähigkeiten benutzt und Gegner halt erblinden lässt. Wird wahrscheinlich sehr gut sein in PvP. Außerdem kann er auch Sicht versperren, so wie ich das nicht verstanden habe. Wahrscheinlich irgendwelche Objekte, also halt Mauern aufbauen lassen. Ein bisschen Ähnliches wahrscheinlich, um halt eine Barriere zwischen euch und den Gegner aufzubauen. Wir müssen halt abwarten. Was haben wir sonst? Wir haben halt Infos zum Soulmaster. Bevor wir da rüber gehen, können wir kurz noch über die Fähigkeiten hier reden. Und zwar sieht wie ein aufgeladener Schuss aus. Da kann man jetzt nicht viel sagen. Ich will jetzt auch nicht zu viel da reininterpretieren. Denn das hier sieht aus, als wäre es eine weitere Distanz, die er halt überbrückt mit dieser Fähigkeit. Was aber gegen unsere Vermutung, wenn ihr mal meine Videos früher gesehen habt, spricht gegen meine Vermutung. Dazu komme ich gleich nochmal. Und hier sieht man nochmal, das ist quasi fast schon wie so eine Animation, wo man halt so einen Gegner erfasst. Sieht genau so aus, als würde man einen Gegner erfassen und dann halt einen Schuss geben, der halt ihn trackt. Also halt ihn verfolgt. Und das sieht hier aus wie ein typischer Pfeilsegen. Wir werden mal schauen müssen. Okay, und hier kurz nochmal, was ich meinte mit, das sieht anders aus als vermutet. Vielleicht erinnert ihr euch an das hier. Das habe ich euch schon mal präsentiert. Und das ist was etwa nach dem ersten CBT geleakt wurde oder kurz vor dem ersten CBT. Und hier konnte man halt schon sehen, dass Hawkeye Gunblade und Bow oder Bogen benutzt. Und das war nur bevor wir irgendwas von der Klasse wussten. Und hier waren schon die Zahlen da. Und hier sieht man, dass die Angriffsgeschwindigkeit als hoch eingeschätzt wurde und die Verteidigung als niedrig. Und der Angriff war auch allgemein niedrig. Die Reichweite ist sehr gering. Und deshalb habe ich am Anfang die Vermutung gestellt, dass Hawkeye vielleicht sogar eher im Nahkampfbereich kämpfen wird. Sieht aber nicht so aus. Es sieht schon wie eine Fernkampfklasse aus. Also wurden schon da einige Veränderungen gemacht. Gut zu wissen. Und Support-mäßig war ja bei Hawkeye nicht viel zu sehen. Und ich denke auch nicht, dass es eine Support-Klasse sein wird. Lass uns weitergehen und weiterschauen mit der nächsten Klasse. Und zwar Soulmaster. Das ist die dritte Fighter-Klasse. Die anderen beiden waren ja Infighter und Battlemaster. Und das ist ja die dritte Ranger-Klasse oder Gunner-Klasse. Die anderen beiden waren ja Devil-Hunter und Blaster. Blaster habe ich ja in der letzten CBT gespielt, wenn ihr euch erinnert. Gut. Soulmaster ist eine Melee-Klasse. Also nicht eine Melee-Klasse. Falsch ausgedrückt. Es ist eine Klasse, die physikalischen Nahkampfschaden zufügen kann. Aber auch Fernkampfschaden. Das ist interessant. Und außerdem soll die Klasse auch noch leicht und sehr agil schnell sein. Also halt schnelle Angriffsgeschwindigkeit haben. Das klingt etwas zu stark für mich. Nahkampf, Fernkampf, leicht, schnell. Wow. Wo ist die Schwäche da? Vielleicht ist sie einfach nur fragil, also halt wenig Defense. Scheint auch nicht der Fall zu sein. Denn da wird erwähnt, dass die Klasse sich ihren Körper kurzzeitig verstärken kann. Also so ein Buff. Müssen wir schauen, wie das dann halt sein wird. Dann sehen wir nochmal kurz die Bilder hier. Die Klasse ist halt auch nach den Infos hier darauf fokussiert, dem Gegner keinen Moment Ruhe zu geben. Quasi wie Battlemaster. Ich glaube, das war die richtige Klasse. Battlemaster ist die schnellere von den beiden Fighter-Klassen, die wir vorher hatten. Und die soll ähnlich schnell sein. Das wird lustig. Wenn wir kurz nochmal die Stats hier schauen. Wo war denn Soulmaster hier? Das war hier Keymaster. Also wurden damals noch Soulmaster. Und zwar Control 2. Speed 20. Defense 60. Attack 50. Range 50. Also das passt ja, stimmt überein. Und Support. Wieso hat die Klasse so viel Support? Das müssen wir mal abwarten und vielleicht in der nächsten Beta mal schauen. Hier für die Skills sieht man hier, Range von einem Spell ist schon riesig. Und das erinnert mich irgendwie an, ähm, sorry Leute, Fenster auf für die Geräusche hier. Das erinnert mich irgendwie an einen Film. Ich erinnere mich nicht an den Filmnamen, da wo Kung-Fu bla bla bla. Es war eher so eine Komödie, Kung-Fu, Martial-Art-Film. Never mind. Und das hier ist ein Kamehameha, eindeutig, oder? Okay. Und der letzte Teil, also das war so den Klassen. Und der letzte Teil, der nächste Teil, da geht es um Content. Und zwar, wir wissen ja schon, wir hatten Tower of Shadow. Das ist ja quasi die Tower der Unendlichkeit, wo man halt Stufe für Stufe hoch gehen musste. Platinum Field, da bin ich mir nicht mehr sicher, was es war. Ich glaube, das könnte Open-World-Pvp gewesen sein. Ich bin mir aber wirklich nicht sicher. Und Cube. Boah, das war auch einer von den coolen Dingern, wo man halt als Team random generierte Etagen, also da, wo man random generierte Etagen kommt und dann entscheiden kann, ob man weitergeht oder nicht. Wenn man verliert, verliert man alles. Wenn man bis zum Ende schafft, bekommt man richtig geile Belohnungen. Und je weiter man das schafft im Cube, desto bessere Belohnungen bekommt man natürlich. Und jetzt wurde was Neues hinzugefügt. Und zwar The Trial Passage. Also, wie soll ich das übersetzen? Es wurde auch übersetzt als Korridor der Prüfung. Irgendwie so ähnlich. Und es handelt sich hier um einen Dungeon, wo man wohl in die Gedächtnisse oder in die Erinnerung von stärkerem Leben, also von stärkerem Leben, da hineingeht und trainiert. Und wenn man da trainiert, wird man wohl so stark sein. Und es werden wohl Geschichten erzählt, dass die, die da trainiert haben, so stark waren, dass sie Guardians alleine besiegen konnten. Und ihr wisst, Guardians sind immer so eine Vier-Mann-Sache und die sind nicht immer so einfach. Also müssen wir mal gespannt drauf warten, was das also jetzt für ein neuer Content ist. Und ich bin wirklich gespannt. Also, das Spiel hat ja schon genug Content. Jetzt noch mehr? Das wird interessant. Okay. Und das ist wirklich jetzt eine der letzten Sachen. Und zwar, beziehungsweise da bin ich jetzt nicht so interessiert, auch wenn ich gerne die Karten sammeln werde. Das Problem wird aber sein, also es geht natürlich hier um das Kartensystem. Hier wird erwähnt, dass es Events geben wird, wo man sich, wo man gegeneinander kämpfen kann. Fast wie, es ist Zeit für ein Duell. Natürlich, wie bei Yu-Gi-Oh, Hearthstone, wie auch immer. Bei anderen Spielen, die genau ähnlich, ähnlich sind. Und man kann ja Karten sammeln, indem man Monster besiegt, bestimmte Quests erfüllt oder bestimmte Beziehungen zwischen NPCs aufbaut. Und die werden als Belohnung euch das geben. Und es gibt dann halt versteckte Quests oder Aufgaben, die man erledigen muss, um halt richtig starke Karten zu bekommen. Und mit den Karten könnt ihr halt andere Spieler herausfordern und quasi wirklich im Spiel ein Kartenspiel spielen. Und hier wird auch erwähnt, dass man mit schwächeren Karten wahrscheinlich die stärkeren halt buffen kann. Auch diese Mechanik ist halt bekannt vor allem bei den Handy-Karten-Spielen, also Mobile-Training-Kart-Games. Und da bin ich mal gespannt, weil es wurde ja auch versprochen, dass halt sehr viele Karten, neue Karten hinzugefügt worden sind. Ist nicht mein Ding, aber interessant. Gut, und zuletzt gibt es noch Trishengate und zwar, oder Trisengate, ich glaube, das wurde Trisengate genannt. Denn die Namen ändern sich ständig, also müssen wir mal schauen. Das war ja die Stelle, wo man halt die Klassen aussuchen konnte und auch ein bisschen herumschauen konnte, welche Fähigkeiten die Klassen haben, bevor man sich für eine Klasse entschieden hat. Das passiert, wenn man, glaube ich, Level 10 war. Am Anfang ist man ja nur ein Fighter zum Beispiel. Und wenn man 10 erreicht hat, kommt man zum Trishengate und dann kann man entscheiden, ob man Infighter, Battlemaster und bald auch Soulmaster werden konnte. Und nun kommt es hinzu, dass man da jederzeit sich hin teleportieren kann und wie vorher auch entweder Dummies beschwören kann, die man einfach nur Schaden zufügt, die machen nichts, außer Schaden absorbieren, oder auch Gegner beschwören kann. Auch das konnte man schon im letzten Beta. Die angreifen, also konnte man halt auch wichtige Kampfsituationen testen, und auch Bosse beschwören. Nun kommt es aber hinzu, dass man alle Fähigkeiten und alle Tripod-Systeme ausprobieren kann. Jetzt muss man nicht abwarten, bis man endlich genug Punkte hat und einzeln hier durchtesten muss. Nein, jetzt könnt ihr einfach euch hinporten und alle Fähigkeiten oder Klassen mit allen Morphs ausprobieren. Das ist super. Das macht es viel einfacher, einen vorher zu entscheiden. Also man kann viel leichter entscheiden, rumprobieren und jetzt nicht ständig umskillen, wie man es bisher gemacht hat. Das ist super. Und bisher, jede Entscheidung oder jede Erneuerung ist eine super Erneuerung oder Veränderung, die sie bisher gemacht haben. Also ich beziehe mich darauf, auf den ersten Brief natürlich auch noch, auf die Veränderung vom Inventar und andere Sachen. Okay, das war's. Und, wow, einfach, ich bin einfach happy, dass es jetzt nur eine Woche gedauert hat, wie gesagt, weil das bedeutet, nächste Woche kommt das nächste. Und es könnte sein, jetzt kommt's, dass nächste Woche auch schon ein Datum für die nächste Beta erwähnt wird. Dann würde es wiederum heißen, dass man eine Woche hat, sich anzumelden beziehungsweise sich zu registrieren. Und dann darauf die Woche und spätestens vielleicht zwei Wochen darauf gibt es schon die Beta. Oh, das wäre so Hammer. Und sobald es mehr Infos dazu gibt und sobald der nächste Brief erscheint, hört ihr es natürlich von mir. Wenn ihr Fragen habt, wie immer, stellt es in den Kommentaren. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Und ihr könnt natürlich auch meinen Stream besuchen, wie immer. Stellt eure Fragen dort. Geht ein bisschen einfacher und dann kann man auch ein bisschen freier Gespräche führen. Und das war's von mir. Ich habe, wie ihr sehen könnt, ich habe jetzt den etwas schnell gemacht, den Guide, weil ich heute nicht so viel Zeit habe. Aber ich wollte euch jetzt nicht zu lange warten lassen. Verzeiht mir die ganzen Versprecher. Und ja, zu viele uns. Wir sehen uns also beim nächsten Video. Habt vielen Dank. Bis dann, euer Tea Party Jackson.